Moin moin, hummel, hummel, morse, morse. Willkommen an der Sturmflut hier, ja. Wir sind bei Left 4 der 2, ganz an der Küste, ja. Und wir müssen hier ganz direkt die Zombies schlachten mit Dalukat, Maru und Kreis. Guten Tag. Moin moin. Hallo. Nicht so gut. Hi. Als ob du das beurteilen könntest, weißt du, du hast mal deine Einleitung immer gleich. Ey, du bist eh nur der, immer der Beleidiger am Anfang. Ja, ehrlich. So so, die sind alle scheiße und ich bin toll. Dalukat, Grönchen. Hast du erst da drei Wochen lang den Witz ausdenken müssen? Wenn ihr immer drei Wochen zwischen jeder Map braucht, um euch mental drauf vorzubereiten. Ja, man kann es einfach nicht aushalten, mit dir so viel zu machen. Das sind einfach Fakten. Benzin, immer Benzin. Das ist ja für die Party. Das ist ein Imbiss. Oh, Polizisten auch hier. Er hat schon wieder die Waffenkiste vergräst. Alter, er ist ein Breakdancer oder so. Oh, er hat alle Mods drauf. Er hat alle Mods drauf. Also alle Zombies gibt's hier. Jimmy, Gibbs Junior und Clouds. Was hat er denn für Zombies, ey? Das gibt's ja gerade. Alles ist für eine... Check- und Lauf-Mirung. Das sind Clouds und er hat eine Jogginghose in der Tür. Äh, ich hab nur ne Pistole und 15 Milliarden Zombies. Du hättest ne Nachkampfwaffe aufheben müssen. Die lag ja nicht rum. Lagen acht Stück. Nein. Die sollen nicht alles verbrauchen, stand da. Ja, wir müssen hier nochmal hin. Also die Lachen... Oh, ich werd hier voll verklopft von welchen grünen Zombies. Was sind denn das hier im Sportanzug für Zombies? Das ist der Typ, der in das Auto gehört. Oh! Ich hab bei mir gewonnen hab. Wohle den Nackenpappen. Ach da. Und denkt an hier nicht alles aufheben, wir müssen den nämlich nochmal hin. Ja, also ich hab mir jetzt nur mal ne Schrotflinte geschnappt, damit ich äh... Klarkommen. Ich hab nicht mal Medikamente mitgenommen oder sowas. Wie viel hält denn dieser Zombie mit? Der Polizist? Ja, das ist der Whitaker, der die Cola haben wollte. Den kannst du nicht mal töten. Macht aber auch nichts. Völlig kannst du nicht töten. Hier sind Polizisten, haben wir grad erschlagen. Stimmt, Jimmy Gibbs hält auch viel aus. Ah ja, hier sind die Waffen. Jimmy Gibbs Junior, schießt ihm ins Gesicht. Warum stirbt denn der Joggingtyp nicht? Musst ihm ins Gesicht schießen. Ey? Irgendwie sieht, geht das? Ja toll, hier haben wir Zombies mit Schutzhelmen. Ja, die hören die Pipe uns nicht. Nein, mit dem Reihot-Helm eigentlich. Die Zombies mit Schutzhelmen kannst du gut von hinten erledigen. Musst du ja auch. Hier kann man keinen Kopfschluss geben. Das ist das Mieler. Das ist das Mieler. Das ist das Mieler. Was redet ihr wieder für ein Jahr? Nee, ich mein... Gollum! Erledigt immer die Bauarbeiter von hinten. Backbeatscht die hier immer so rum? Das sind die Clowns. Das Problem ist, hier kann ich nicht Backsnipern, die Brioy-Typen. Hier sind viel zu viele Zombies. Alter, warum sind die so viele? Irre. Er hat so eine Bot installiert auf dem Server. Und die infected Anzahl hochgedreht. Ein wenig, ja. Kann man so sagen. Wollen wir auf Leicht stellen? Ach Quatsch, so witzig. Ich hör' nicht zu viel Mektion. Extrem, ja. Extrem voll. Hier, ich hab auch vielleicht keine Mektion. Was sollen wir tun? Wir nehmen erst eine Nack-Kraft-Waffe, wenn er eine findet. Problem ist, die Polizei-Zombies sind... Immun gegen Nack-Kraft-Waffen. Auch hinten kannst du sie ja schlagen. Wegschubsen, hinten und schlagen. Da hinten kannst du die auch mit Nack-Kraft-Waffen erledigen. Eben. Boah, hier ist voll die Clown-Party. Alter. In Dead Island gibt's nicht. Wie heißt das? Dead Space Blut, ey. In Dead Island gibt's das. Also, ganz ehrlich, in Dead Island sieht das auch so aus. Dauerhaft. Boah, sind hier viele Zombies, ey. Das ist ein reines Gemetzel. Allerdings, ey. Die Metzel sind. Hier geht Dolphan los. Ich lache. Wirklich, Smoker, Hilfe. Danke. Mischkerl. Das ist quasi nichts. Man hat, also ich... Auf YouTube zieht man quasi... Ich verliere den Bildschirm. In die Menge. Du kannst eigentlich dauerhaft die Maustaste drücken, weil irgendwen triffst du bestimmt, der es verdient. Ja. Kannst du auch gedrückt halten. Boah, diese Polizei-Zombies. Schmeißen die Gollum-Zombies mit Kacke? Weil man bestimmt immer so Geld hat, wenn die die draufhauen. Das ist Dreck. Oh, ich werd gejockeyt. Ich werd gejockeyt. Ja. Oh, ich lieg am Boden. Ich hab hier aber auch keine Medi-Packs und so. Und keine Munition mehr. Gibt's hier irgendwo was? Da gehört noch ne Witch rum. Ne, rumrennen tut sie nicht. Alter Schwede. Es sind so viele. Ich hab grad gedacht, ich komm mal raus, um Kreis ein bisschen zu heilen. Aber irgendwie... Ich lag in die Menge. Ich bin surrounded. Haha. Rette dich. Von hinten gekreist. Schlägerei. Alle hier rechte Maus. Das ist der. Wir haben es bald geschafft, Leute. Boah ey. Der muss anscheinend dort fest gewesen sein, oder so? Aufsicht nicht, ja. Die Polizei-Gewalt hier. Die schwarze Frau, was soll denn das? Was geht denn jetzt schon wieder ab? Ich bin schon wieder surrounded. Das ist ja die Holzhacker-Folge. Das ist ja... Muss auch mal sein. Aber dafür wird auch Infekte, die Waffen dabei haben. Also diese Bomben-Dinger. Hier hinten ist irgendwo ein... 30. Spritze im Krankenwagen. Äh... Tank! Tank! Wo ist die Spritze? Im Krankenwagen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich da noch lebendig hinkomme. Ich kann den Tank nur schlagen. Ja, bin ich. Oh, was ist da oben los? Alter! Was für ne Party! Ich hör nur die ganzen Clowns, ey. Äh? 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 So ein richtiges... So ein richtiges Dorf-Face ist hier gewesen. Ja, allerdings, ey. Volle Kanne. Diese Zannschossen. Oh, ich bin hier sehr groß. Ah, Tank dabei! Oh, scheiße. Ich bin dort. Glaub ich auch jetzt gleich. Ja, ja. Kann ich euch irgendwie aufheben? Oh, nein! Hier sind viele! Was? Hier sind viele! Lauf da, Lut! Lauf! 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 Wie soll ich denn laufen? Hier ist die Party! Hier ist die YouTube-Ausse. Hier ist die YouTube-Ausse. Wie heißt denn das aus? 2, 3, und schon geht's ab! Frette mich, Dalu! Was? Marc, rette mich! Du musst gleich jetzt hier an dem Hütteln! Du drehst deinen Rücken zu mir! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Das ist der Rücken! Oh, 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 oh! Das ist der Rücken! Ich bin der Möbel! Let's go! Ein riesiger Raum, um sich zu verstecken vor 8 Milliarden Zucken! Geht weg! Oh! Nein, die machen die andere Tür auch noch kaputt! Oh Gott! Wie in einem Horrorfilm! Was kommen die einfach jetzt bei Ahne-Zimmer rein, ey? Wo müssen wir denn lang? Da rein! Ich wollte gerade über die Straße laufen und auf der Straße mal warten! Wie geil aus sei! Ich glaub, es ist in die Ecke! Die ganze Stadt, toll! Oh, ne, jetzt ist es bei mir auch ein Feierabend! Äh, ne, der ist gestorben, als er mich umgebracht hat! Ich muss los, ich los! Ich muss los! Ich kann gerichtet werden! Ich kann gerichtet hoch! Ich muss erstmal von den Zombies los werden! Ich rette dich, Mann! So! Ich muss mich schnell heilen! Ich müsste mich auch mal schnell heilen. Nein! Oh, ich lieg hier im Haus drin! Im Klo! Charger Bings! Könnt ihr mich ausholen? Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Ich bin tot! Ich bin noch im Haus! Ich auch, wenn ihr grad ge... Get Dings! Komm mit! Komm mit, Kreis! Wie willst du überhaupt so lange überleben? Ich morse jetzt! Dreimal kurz! Einmal dreimal lang! We gotta shut that clown up! Hallo? Lele! Ach, Dalu! Nein! Nein! Dalu! Das... Die Tür blutet auch noch! Das ist unmöglich! Das ist eine super Episode! Wollen wir vielleicht ne neuen Server suchen? Oh Gott! Wir müssen gar nicht stoppen! Die... Man drückt einfach F1! Ja! Hat voll Spaß gemacht! Ja! Boah! Das ist doch mal auf Expert! Ja! Super! Auf Expert ist ja leichter! Warum? Na ist das da? Wieso das und auf Expert? Das ist unmöglich! Das mit der Straße war der Hammer! Das war echt voll, ja! Wollte schön durchlaufen eben! Straßenfest! Guck nach rechts! Boah! Ist das der selbst? Oder nicht? Ja! Ist der selbe! Ne, bei mir ist schon was anderes am Anfang! Ich hatte wieder die Fair Gaming Werbung! Geh dich vorhin nicht! Oh fuck! Tell me we didn't to get the guns! Mach! Gib her! Ah, das ist ja normal! Jetzt komm ich's hier! Na vorhin lass mal rein! Was ist das denn für ne Party, ey? Also das war echt voll, ja? Das war voll lustig! Ja! Ich wette auf einfach hätte der Server echt Spaß gemacht! Boah bestimmt, ey! Können wir ja später nochmal machen! Hast du dir den gemerkt? Durch die Maste zu kämpfen, ey! Durch die Zombie-Maste! Mit Katana! Ich wusste ja nicht, wie ein Server so geht mit den Mods! Kannst du noch alles machen! Dalu hat ja noch einen Server gehabt, wo man mit 6 Leuten spielen konnte! Und gegen 6 Infizierte! Ja, cool! Das waren noch Zeiten damals! Oh, mit Special Perks! Stimmt! Da hattest du Perks! Da konnte jeder Charakter sich Skills aussuchen! Was es nicht alles gibt? Ja! Der Bus, der ist ja voller eckigen alten Lack! Alten Lack! Also vorhin war es ja eh wesentlich voller! Ja, jetzt ist es ja richtig chillig hier! Das ist ja ganz gemütlich! Du, ich war auch Stubface, Mann! Ey, mit meiner Pfanne hier habe ich überhaupt kein Problem! Wir haben gehört, dass Doublecut in Town ist und dann mussten alle kommen! Ja! Und geil, wenn man wild die Dinger hier fahren könnte, dann könnten wir so eine Gang machen! Ha! Oh! Bum! Ha! 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 Was ist denn hier los? Ich hab die Pfanne! Ich bin die Chefkoch! Hau mal ab hier! Ja, Frau mit der Pfanne! Das ist ja ein tolles Klischee hier! Ich benutze das als Waffe! Ja! Ich habe immer nutzt sie zum Kochen! Jetzt heult sie wegen dir! Hilfe, Maru! Hörst? Oh! Ich hab ne Spritze! Ich bin der Gruste! Danke mal! Pass auf, da läuft nur No Witch! Ah! Guten Tag, Jüngerstrau! Kann ich dir helfen? Ich hole Frau, geht's ihr nicht gut? Pch! Die Frau ist traurig, lass sie töten! Ha! Das ist doch die Hauptrate, wenn man was macht! Yeah! Endlich halt! Counter-Strike-Waffen! Ein Scout! Kann man noch die South-Files verändern? Ja! Dann würde ich bei der Witch, warum bin ich so fröhlich? Ha! Super! Piu! Ah! Das ist doch super, Alter! Kannst du ja gar nicht so verlieren! Ding! Was geht los? Oh, hier bin ich in der letzten Folge gestorben! Streich! Puh! 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 Ich hab noch Brandmunition, falls jemand möchte! Puh! Puh! Ich denk' Will! Schwanzinflation? Was? Schwanzinflation? Puh! Worum geht's? Ich hab nix gesagt! Oh! Damn! Du hast Auto ins Gesicht geballert, ey! Auch! Ich auch! Puh! Puh! Ich hab' leider nicht mehr genug HP wegzulaufen! Er hat nämlich mit dem einen Auto weggepfiffert jetzt?! Krass, die Sache! Wir spotten noch über seine Freunde! Machen! 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 Das war's schon wiederher! Das läuft hier leider nicht das Auto aus wie nicht. Das läuft hier überhaupt nicht, die Mission diesmal. So, es sind jetzt 2 culturally owtakes gewesen, jetzt fängt's an! Hallo und Willkommen! PRETFUL easiest possible! Zur neuen Folge! Oh Gotsch! Geheimdlich! Endlich nen Katana! So, diesmal nehme ich nicht dieses dumme Snipergewehr mit der richtige Waffe. Sniper, voll geil. Ja, hab ich hier gerade richtig gereicht, den scheiß Tank zu töten. Hat mich dann mit einem Stein beworfen. Er war auf den ersten Stein. Super Waffen. Zack.